Liebe Leute, hallo und jetzt hier kommen wir in der neuen Runde von Project Cars VR mit Sepp und Peter. Hallo, Christian. Wir fahren heute in die Car auf Autodromenation, ach Monza. Oh ne, kann ich abbrechen? Ne. Monza kurz. Egal. Warum? Sind jetzt halt nur, weiß ich gar nicht wie viele Runden, ich glaube wieder nur vier Runden und die sind schnell gemacht. Alter, stimmt. Die Strecke sieht aber sehr, oh Gott, wenn wir die Cockpit Perspektive haben, dann sitzen wir jetzt so krass, ne? Ja. Alter, sieht das krass aus. Green, green, green. Alter. Wow, what the fuck? Okay, erstmal weggedriftet. Okay, losfahren war jetzt, war jetzt, okay. Jawohl, da ist noch einer voll in die Schreck. Warum? Wir schieben die Leute. Ich liegt auf einem drauf. Ich schiebt überhaupt niemals Lab. Ich liegt auf einem drauf. Warum? Wieso sind hier so viele Kurven? Alter, ist das krass. Alter, ist das geil. Das ist ein mega krasses Gefühl. Ah, hinter mir ist einer. Bist du das, Peter? Okay. Ich komme da nicht nach dir. Alter. Alter, die Sonne. Was ist denn mit der Sonne verkehrt? Ey, was ist denn? Oh Gott! Ey, Peter, hast du nicht gesehen, dass da rot ist? Ne, hab ich nicht gesehen. Wow, Peter. Was heißt denn rot? Ja, rot heißt... Die ist hier vorm Gast. Alter, was ist denn hier verkehrt mit den Leuten? Das ist wie eine Polonese. Die stehen ja vorm rum. Komm mal weiter da! Okay, Peter, welchen Platz hast du? Ja, aber ich bin nicht siebter jetzt. Okay, dann hole ich dich wieder. Hä, was ist denn das für eine Mini-Strecke? Ich dachte, die wäre größer. Leute, hat der mich voll weggerammt. Ich dachte, die wäre größer. Ich dachte, die mir zur Indycar passt halt so ein Rundkurs. Ja, aber das ist ja eher eine Kartstrecke, so lang wie die ist. Ja. Das Monster halt. Monster in klein. Krass. Aber wir müssen unbedingt auch mal Kart fahren. Das ist ja weiter schon, das fühlt sich mega krass. Ja, da sitzt du ungefähr genauso. Alter, die Sonne. Alter, da sind verschiedene Autos, die einfach vor der Schikane... Oh nein, jetzt habe ich mich gedreht. Oh, ich war so gut im Aufholen. Oh, nein. Oh, das war böse. Oh, das war böse. Oh, wenn das Peter gewesen wäre. Ah, herrlich. Ich bin ungefähr mit 200 km h drauf gekracht. Das ist aber schon megawitzig hier. Das ist richtig cool hier. Wir haben übrigens doch sowas wie ABS und Stabilitätskontrolle an. Das ist ein bisschen, ja, haben wir was an. Ein bisschen. Wie die da immer noch stehen. Ich glaube, die fallen noch nicht weg. Es ist ja geil, wenn du einen überholt hast, dass du dann in den Außenspiegel wirklich gucken kannst, endlich mal. Um zu sehen, dass du wirklich wieder einscheren kannst. Ja. Aber irgendwie ein NPC fährt da immer gegen die Wand oder wird gegen die Wand gedrückt. Der bleibt einfach da. So, echt? Ist ja eine Bodenwelle. Wo kommt denn Heike denn her? Also die Bremspunkte sind ein bisschen anders, meinte Christian auch. Ja, die sind echt zu früh und das Problem ist, ich vertraue denen deswegen nicht. Wo werden euch denn Grenzpunkte angezeigt? Äh, die rote und grüne Linie. Ich habe keine Linie. Was? Du hast keine ideal Linie? Nein! Boah, Peter. Das ist aber richtig aufs Imulation, ey. Ja, Peter. Richtig krass. Also richtig stimmen tut die auf jeden Fall nicht. Nee, jetzt ergibt alles Sinn auf einmal. Okay. Auch alle sind viel besser als in der Zukunft, ne? Ja, seid ihr auch nicht so häufig Abpflicht wie ich. Ja, das stimmt. Wir sehen halt, wenn die Kurve kommt, ne? Ja, Peter. Du bist trotzdem so weit vorne, äh. Wer ist da mal ein Erster? Das gibt's nicht. Ich bin noch nicht weit vorne, ich bin Achter. Sieg! Sieg! Jawohl! Gibt's nicht! Ach scheiße, das ist ja schon vorbei. Schaade. Oi, oi, oi. Boah, das hat richtig Laune gemacht. Das war mega cool. Das müssen wir noch mal machen. Indica ist cool. Wir gehen jetzt sofort die Königsklasse direkt. In Formel 1? Ja! 17. Okay. Als was bist du denn gestartet, Christian? Ja, der zweite, ich starte mal den ersten, der zweite. Achso. Du musst ja nur einmal richtig kollidieren, die eine guckt, war halt super böse, ne? Was sind wir jetzt hier? Ja, irgendwie nix. Meiner fährt halt die ganze Zeit noch. Es wartet wohl noch auf den letzten. Ne, ich fahr jetzt in die Box. Jetzt bin ich in der Box. Ja, ich auch. Oh, ich darf jetzt auf die Podeste arschen. Cool. Wär ist doch geil, wenn man auf den Podest so springen würde und sich so eine Bierdusche gönnen könnte. Oder Sektdusche. Irgendwie auch witzig. So, wir fahren für Silverstone. Oh, 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 oh. Alter! Direkt gedreht. Alter! Okay. Man darf nicht so viel Gas geben, Jungs. Alter, der ist ja immer viel schneller als ich. Ich bin jetzt jetzt wieder auf der Strecke. Okay, ich fahr jetzt los. Alter, der eine kürzt eiskalt ab. Die kürzen eiskalt ab alle. Ey, ich werd schon wieder gedreht. Die kürzen einfach ab, die Schnullis. Ey. Die fahren einfach eiskalt über jeden Randstein drüber. Wie geil die klingen wie Autos. Mega, ja. Mega cool. Ah, die haben schon mehr Grip. Geil. Ob es Mods für Project Cars gibt mit allen Autos und so? Und anderen Strecken? Ja, Strecken sind schwierig, glaube ich. Können die Zuschauer ja mal raushauen. Mega cool. Oh, ist ja langsam. Aber die NPCs, Peter, die gehen gar nicht. Vielleicht. Alter, die sind echt cancer. Die fahren eiskalt über alles, was grün ist. Ja, die benutzen halt die richtigen Grenzpunkte. Nee, die benutzen nicht die richtigen. Die benutzen einfach die ganze Strecke. Das ist ja der Shit. Das kommt mir hier viel schneller vor als bei F1. Ja, das ist auch irgendwie gefühlt. Oh, die Sonne ist schon wieder. Wieso haben wir immer Sonnenuntergang? Oh, Shit. Ich bin auch schon gekommen. Ja, das ist für die Kollegen, die nehmen die gar nicht. Oh, Shit. Alter, ich dreh mich nur noch. Heiß, ey. Ich bin weggeschossen worden. Ich kann nicht mehr. Ich komme einfach... Ja, sehr krass. Und ich bin bei Garst Gedall ganz gentle, ne. Aber der dreht sich eiskalt. Wie die hier... 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 Wie die hier durchpesen, ey. Oh, Bam. Ich kann ja auch. Boah, der hat sich überschlagen. Oh, da ist jemand tot. Oh, der hat auch einen Frontflügel verloren. Echt? Das geht? Ja. Oh nein. Oh mein Gott. Das war ein riesiger Fehler. Ich werde euch dann wiedersehen, wenn ihr mich überrundet. Alter, ist das krass. Hier kommt jetzt sofort an mir vorbei. Ah, ja, ja. Jetzt bin ich Startziel, der ist gekommen. Ich hab... Ich bin da nicht rausgekommen aus diesem... Ich wurde... Oder ich bin gedreht. Hey! Boah, bin ich gerade gesleidet, du! Ja, das war crazy hier. Ja, das ist wirklich crazy hier. Das Renngefühl ist... Der Hammer, ey. Ich bin in Strecke, ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht, die Strecke eigentlich kennt hier. Nein, da war wieder grün Alles was grün ist, darfst du dich berühren Nur die NPCs, würdest du da drüber fahren Oh, oh shit, oh nein, oh mein Gott, direkt wieder gedreht Oh, wo bin ich denn hin, oh, das war die Strecke, Opsala Oh, oh, nein, nein Ach, hier war Sonnefüge Soll ich gleich treffige Reifen Egal Ab da Alter Wenn du so hörst, wie die anderen Autos übergeschmitten gerade fahren Ja, das ist richtig nice Du hast denn das F1 nicht Das ist richtig heftig Aber der Soundpull ist, das ist mega cool Das war abgekürzt Ach komm, ich bin noch Das war doch nicht abgekürzt, aber geschnitten Scheiße Wo seid ihr gerade im Kopf der Strecke? In der Kurve Bei den schnellen Rechts-Links-Kurven Okay Das wäre doch eine Schockziehung Wie man sie sehr hinten runter hat sie eingestellt Sechs Nein, nicht die zweiten Garnschel Oh, das war ein Feger Nee Boah Aber man fühlt sich aber auch echt so Wenn man nach hinten zieht Mit den Händen, das ist doch nicht kummelt, wenn ich da drauf gucke Jawohl, hab ich ja gut die Kurve genommen Oh nein, und grün berühren ist auch immer ganz süß Oh, das war nicht abgekürzt Oh, das war nicht abgekürzt, so die shit Die NPCs fahren ja auch teilweise wohl, denkst du, Alter, das war nicht abgekürzt Das sieht schon echt cool aus Oh nein, jetzt hab ich auf die Zeit geachtet, die eingeblendet wurde Ich muss sagen, ich benutze Du hast ja rechts und links Hast ja so Einblendungen, ne Die Geschwindigkeit, Gang und deine Zeit Die benutze ich ja gar nicht Die hab ich ja gar nicht Nein, das ist, das ist ein Foto auf deinen Spiegel guckst Ich hab gar keine Einblendungen Okay Außer jetzt die, äh, Ideallinie, die hab ich ja gemacht Wobei die nur in Kurven ist und die ist eigentlich nicht so geil, wie ihr sagt Oh Mist, da hab ich auf die Zeit geguckt Ja, die ist halt echt mega von der anderen Die zeigt dir zwar an, hey, die bist du zu schnell für die Kurve Aber halt schon tausend Jahre vorher Macht das Spaß? Ach, kacke, schon wieder die Kurve abgekürzt hier, ey Ich hab meine schnellste Runde gefahren Wuh, echt krass Meine, nicht insgesamt Ja, trotzdem, ich hab trotzdem zweieinhalb Sekunden Wie schnell sind die? Keine Ahnung, ich hab ja keine Einblendung Aber das hat der mir gerade durchgesagt Achso Oh nein, achts Wettergang Ja, irgendwann komm ich auch mal wieder auf das Startziel Hab ich dich überholt? Nein, ich werd schon nie sagen Ich bin so weit von hart letzter Junge Ich bin nach Startziel Das kann nicht sein Ich bin doch letzter Wie viel da seid ihr denn? Kann ich dir nicht sagen Ich bin 29 plus, ja Achso, ich bin 27 Hä? Wie kaltest du denn? Ja, und ich bin 28 Ja, ich bin halt voll am Arsch hier Ja, weil ich hab mich eben überschlagen Ja, wir haben uns halt schon ein paar Mal gedreht Und dann brauchst du ja ein bisschen, bis du wieder auf der Strecke bist Gerade wenn du aus Grün kommst, ey, da hast du ja verloren Da kommst ja kaum raus, scheiße Also was mich halt jedes Mal gekostet hat, war eigentlich alles war cool Nur ich hab in der Kurve einen Gang zu weit runter geschaltet Dadurch spricht das Gas ja dann viel krasser an Ja Und auf Wiedersehen Bei mir ist Grün berühren Dann dreh ich mich immer direkt raus und komm auch nicht mehr zurück, richtig Strecke geschnitten Ja, ich bin rausgekommen Oh, ich seh dich jetzt Startziel bist du jetzt, ne? Ja Ich bin jetzt in der langsamen Kurve davor Links, rechts, Kurve Und da hab ich mich gedreht Scheiße Kinder, welchen Platz hast du? Ja, ich bin der vor dir 28 Ja, wahrscheinlich Ja Bin jetzt Startziel Ich dachte, wir hätten wenigstens, einer von uns hätte einen NPC vor sich Oder hinter sich Oh, nö Aber hier über die Pöller zu fahren, ist richtig übel Ja Vorsicht Ich komm jetzt irgendwo wieder auf die Strecke Du bist weit weg Gibt's doch nicht Oh, das Fahrrad fühlt es unfassbar Ach, komm Das Witzige ist halt, dass, wie gesagt, die HTC den Helm simuliert Dann wird hier in deinem Zimmer, dadurch, dass gerade alles möglich ist, auch noch so mega warm Ja Also das ist wirklich, als würdest du gerade in dem Ding drinnen sitzen Es fehlt nur noch so ein bisschen, also der Witz auch wäre nice Hey, ich bin Ziel Nächstes Mal Ventil anmachen Ja, gute Idee Ja, gute Idee Alter, mega geil Müsst du noch fahren? Ja Okay, dann zieh' ich genauso bei der ersten, wo ich immer noch ein bisschen was anziehen Ich durfte nur fünf vor die Bahn Aber auch die Antennen vor sich zu haben, ist was, ist außer bei der anderen Seite Stell dir vor, dass nächste Formel 1 hat, äh, VR-Unterstützung Oh, da ist Christian, ja, den kriegt wirklich schneller Ja, die sind auch so laut, die Viecher, ey Das ist krass, ne? Das ist krass, ne? Äh, wenn du ganz runter gehst, dann bei den Achso, ich hatte 1,7,6 Ist ja auch gut Weiß ich nicht, aber, boah Puh, das war mal Kann man fahren, ne Kartrunde hier Intensiv war das Alter, war das intensiv, äh Ach nee, das ging ja schon ne halbe Stunde Ja, Freunde, zum Abschluss nochmal ne Runde Kartfahren Ach, scheiße, ich hatte Frühstart Ja, Peter fährt schon Egal Alter, Alter Alter, die sind ja geil Der Motor ist zu leise, ich weiß nicht, in welchen Gang ich schalten muss Oh, Alter Entschuldigung Ich hab Christian weggelebt Aber hier passt das mit den Bremspunkten ein bisschen besser Das ist vielleicht auch ne Kartrandstrecke Ja, sicher, die ist 1,7 Kilometer lang Welche Formel einstrengen ist denn Ich hör den Hörst du den Motor, ne? Ne, ich schalte mal danach, wie laut der Motor heult Ja gut, das hör ich auch nicht Ah ja, Randstein, nicht gut Nicht irgendwas Oh, oh Die sind so schwammig, ne? Kann das sein, du musst halt so mega schwammig fahren Schwammig würde ich jetzt nicht Also auf Kies kann ich dir sagen, fest dreißen Oh shit, jetzt bin ich auch ein Kiesbett Kies ist richtig Arsch Kies ist mega Arsch, da kommt der Kopf an Hui, 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 hui Genau, da fährst du 13 kmh Kacke Zieh dir mal, das lüftete Das ist ja aus der Die Klimaanlage hinten dran Ich kam nicht grüner Ich kam nicht von dem Kiesbett da runter, ey Scheiße, fand ich gut vorne Oh shit Also macht der mega Bock mit dem Kart hier Ach scheiße, ich vergesse auch manchmal zu schalten So ein Kack Ey, jetzt habe ich die Anzeigen rechts Ich habe rechts jetzt Peter in die Box Ach so, scheiße Stimmt, ich habe ja noch die Strafe Wo ist denn hier eine Box? Jetzt bin ich schon wieder im Kiesbett, das gibt's an mir Kann mich einer rausziehen? Ja Fantastic Leichtes Untersteuern auf der Vorderachse Wo ist die Box? Peter, bitte einfach disqualifizieren Ich weiß nicht, wo die Box ist Aber egal, Peter Warte, ich habe die schwerste Runde gefahren Wie kann das denn mit ihm sein? Für deine eigene Ach so, wow Schaurig So Hier muss ich wieder achten Hier fährst du über den Hubbel Oh, der Hubbel ist aber echt gemein, ey Ich stehe jetzt weggehauen Warte, ich habe eine Strafe? Was? Warum? Das war alles regelkonform Scheiße Oh Gott, wow Oh, oh Oh, oh Ja, geh mir nicht auf den Sack mit der Durchfahrtsstraff Hier, geh mit keine Box Oh, disqualifiziert Scheiße Was? Echt? Ich wurde disqualifiziert, ja Ich wusste nicht, wo die Box war Alter, ich überhole ja alles Ich überhole ja auch gerade alles Wieso fahren die so langsam? Was ist denn falsch mit euch, Jungs? Wieso sind die so langsam? Haben die sich jetzt peda angefasst, oder was? Hey, ich war voll schnell, ja? Ja, weil du disqualifiziert bist, meine ich Ja, die schnellste Runde des Renns Ja, jetzt glaube ich dir Aber die fahren jetzt alle ultra langsam Auf einmal Seitdem du disqualifiziert wurdest Gucken wir mal Sepp zu Ja, da ist es überholt Ja, da ist es überholt Bei dem Typen, der einfach nach rechts rausgefahren ist Ja, haha Aber hier sind die super langsam Oh, shit Ach, kacke, ich habe keine Frühstatt gemacht Echt jetzt? Nein Die Strafe hat mich gebetenkt Das ist wirklich cool, dass man sich so umdrehen kann, während man 17 guckt Ja, und du kannst auch mit W, kannst du nach hinten gucken Oh, mega cool Ja, 20 ist da, easy Meine Kartkarriere kann kommen Alter, ist das cool Eieieiei Das ist wirklich so nice Ja, cool Boah, was machen wir denn? Vier Minuten Boah, Christian Eiskalt Erster gewonnen GZ Ich dachte, ich hätte einen Frühstatt gemacht, aber Die Rundenzeiten sind übrigens keine Rundenzeiten Die Rundenzeiten sind mit Abstand auf den Ersten Ach so, okay Ach, deshalb hatte ich 0,1, weil er eine Runde mich überrundet hat Disqualified Ja, das war Project Casper wieder mit VR Wir können es nur empfehlen Mit Lenkrad und so weiter Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss